Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier ist Arne von den Kurswechslern. In der heutigen Episode geht es um ein, sagen wir mal, offenes Geheimnis. Denn wie das offene Geheimnis entweder offen oder geheim ist, aber nie beides, gibt es auch in Unternehmen allerhand Widersprüchlichkeiten der Art, entweder das eine oder das andere. Beides geht nicht. Oder doch? Jedenfalls ist es meistens der Fall, dass beides gewünscht ist. Wie können Unternehmen sonst gleichzeitig stabil ihr Geschäft betreiben und agil mit Veränderungen umgehen? Wie sollen Führungskräfte einerseits für eine klare Ausrichtung sorgen und gleichzeitig nicht alles vorgeben, um die Eigenverantwortung der Mitarbeiter nicht im Keim zu ersticken? Mein Kurswechsel-Kollege Frank und ich tauchen in dieser Episode ein in den Umgang mit Paradoxien. Stabiler Wandel. Geht das eigentlich? Viel Spaß beim Hören der Episode. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Und wir fangen an zu quatschen, Frank. Also haben wir eigentlich schon Moin. Herzlich willkommen in der Episode mit roten Knöpfchen, das gedrückt ist. Moin, Anne. Wir haben uns ein Thema rausgesucht, was uns, wenn ich jetzt sage, aktuell gerade sehr umtreibt, dann klingt es fast so, als würde es das sonst nicht tun. Aber aktuell haben wir intern gerade wieder darüber diskutiert, was es eigentlich so mit Widersprüchlichkeiten oder der Fachmensch würde wahrscheinlich Paradoxien sagen, auf sich hat. Ich habe vorher auf meinen Zettel geschrieben, so etwas wie stabiler Wandel oder offenes Geheimnis. Also Dinge, die wir so benutzen, die offensichtlich irgendwie zusammengehören, aber wenn man genau hinguckt, eigentlich nicht. Und das Thema wollen wir mal so ein bisschen aufbohren. Ja, herzlich willkommen. Lass uns einsteigen. Ich überlege gerade, wie fangen wir an, weil wir jetzt ja, wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt und so ein paar Sachen schon besprochen. Lass uns mal von vorne anfangen, wo wir auch eben angefangen sind, mit diesem Oxymoron, würde man, glaube ich, dazu sagen. Also mit dem herrenlosen Damenfahrrad. Was hat es damit auf sich? Das herrenlose Damenfahrrad. Ja, ich habe halt auch ganz platt mal geguckt, wie würde Niklas Luhmann das denn beschreiben, dieses Phänomen der Paradoxien. Und ich habe solche Formulierungen gefunden, wie unter Paradoxie verstehen wir den Gegenstand einer Beobachtung, die den Beobachter zum endlosen Oszillieren zwischen zwei Positionen zwingt. Jetzt auf Deutsch. Ja, so typisch Luhmann. Ja, ich übersetze das mal so, dass ich so zwei sehr widersprüchliche Sachverhalte oder Verhaltensweisen sehe, die beide irgendwie Sinn ergeben und das vielleicht sogar noch gleichzeitig. Und ich einfach so hin und her gerissen bin, in welche Richtung ich intensiver gucke oder in welcher Richtung ich etwas bearbeite oder umsetze und so weiter. Und das macht uns Menschen dann Probleme, weil wir dann nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. Und wenn ich das jetzt übertrage auf Organisation, dann sehen wir genau dieses Dilemma, glaube ich, sehr stark bei Managern, denen das zum einen gar nicht bewusst ist, dass Organisationen voll von diesen Paradoxien sind. Wir legen das gleich noch tiefer. Die aber sehr wohl diese Hin- und Hergerissenheit spüren. Was mache ich denn jetzt? Und Symptome sind dann oftmals vielleicht nicht entscheidend oder so. Dass sich dann so rumspricht in Organisationen, die da oben entscheiden nicht. Und das dauert zu lange und so weiter. Und ja, da ist eine starke Verunsicherung zu spüren. Das wäre so mein Einstieg. Vielleicht kannst du das noch schärfen oder ergänzen? Ja, ich finde den Weg spannend, wo du Manager und Managerinnen angesprochen hast, die ja auch, lass mich das dazulegen, mit der Erwartung konfrontiert sind, irgendwie widerspruchsfrei und mit Klarheit zu entscheiden, da geht es hin. Und wo ich auch irgendwie das Bild habe, die müssen es doch wissen, wo hier für uns vorne ist und dann entsprechende Entscheidungen treffen. Und aufgrund dieses, da passt es ja, dieses endlosen Oszillierens zwischen zwei Möglichkeiten, die beide Sinn ergeben, aber nicht gleichzeitig möglich sind, gehen Manager und Managerinnen natürlich unterschiedlich damit um. Also was ich oft beobachte, ist so ein sich offenhalten von Optionen. Also sagen, na klar, das eine ist wichtig und vielleicht in einer Situation wird das auch sehr betont, während ich in einer anderen Situation wieder auf das andere verweisen kann. Und das ist, würden wir jetzt sagen, mit diesem Bewusstsein über Paradoxien ja irgendwo notwendig, trägt dann aber nicht zu diesem Erwartungsbild vom Manager bei, jetzt mach mal eine klare Ansage, wo hier vorne und hinten ist. Na ja, wenn wir so an früher denken, ich glaube, das war da auch schon vorhanden, aber nicht in diesem Tempo. Also wenn wir so über, keine Ahnung, Organisationsgestaltung als Beispiel sprechen, dann kriege ich ganz oft gesagt, auch von Praktika, ich bin ja auch selber ein Praktiker, na ja, das geht immer so hin und her in so Phasen, mal in Richtung Zentralisierung und dann wieder in Richtung Dezentralisierung. Da kommt dann ein neuer CEO oder ein neuer Vorstand und der hat halt so seine ganz eigene Sozialisierung und will ja auch Spuren hinterlassen und das ist oft der Zeitpunkt, wo das dann in so eine andere Richtung wieder kippt. Und da reden wir von mir aus von fünf bis zehn Jahren, vom Zeitraum her, dass das sozusagen von zentralen Strukturen wieder in dezentrale Strukturen und wieder in die andere Richtung. Und das ist, wenn ich jetzt heute oder die letzten zehn, 15 Jahre angucke, halt ein ganz anderes Tempo. Da reden wir ja eher von Monaten, dass dieses Bedürfnis entsteht. Jetzt brauche ich wieder zentrale Strukturen und es ist so die Stabilität abhandengekommen. Und ein paar Monate später heißt es wieder, oh, wir sind so träge. Wir schaffen es nicht, irgendwie mit der Marktdynamik irgendwie klarzukommen. Jetzt brauchen wir wieder irgendwie was Dezentrales, um mehr Geschwindigkeit aufzubauen. Und beides ergibt irgendwie Sinn. Und das ist genau dieses Wesen von so einer Paradoxie, dann in diese Oszillation, wie man das nennt, zu geraten und immer hin und her zu denken. So an der Stelle. Ja, Fritz Simon hat da was Schönes gesagt. Wir waren ja auf Klassenfahrt dieses Jahr und haben an einer Fritz-Simon-Veranstaltung teilgenommen. Da ging es auch um dieses Thema. Und da sagte er, dieses endlose Oszillieren, also dieses Hin- und Herschwingen zwischen zwei Möglichkeiten, die ich eigentlich beide haben will, wird immer dann unterbrochen, wenn ich eine Entscheidung treffe. Also für den Moment der Entscheidung ist alles klar. Wir digitalisieren alle Prozesse. Wir brauchen persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Beides ist irgendwie, und dann treffe ich eine Entscheidung, und dann ist es klar, aber danach geht es eigentlich wieder los mit dem Oszillieren. Er ist so ganz langsam, und es fällt mir noch gar nicht auf. Und je nachdem, in welche Richtung ich mit meiner Entscheidung jetzt tendiere, stelle ich relativ schnell fest, das andere Ende kommt zu kurz. Und dann treffe ich gegebenenfalls wieder eine andere Entscheidung. Und da bin ich total bei dir. Diese Abstände, wann ich dieses Oszillieren durch eine Entscheidung unterbreche, die waren vielleicht vor zehn Jahren, 20 Jahren, hat man gesagt, wir machen das jetzt. Und dann hat man ein, zwei, drei Jahre strategisch sich auch in eine Richtung entwickelt, um dann festzustellen, wir müssen uns nochmal wieder verändern. Und dann ist das Pendel wieder so ein bisschen zurückgesprungen. Während heute ist eigentlich in viel kürzeren Abständen Entscheidung so, Entscheidung so, Entscheidung so. Und ich glaube, das ist das, was ManagerInnen spüren, dass dadurch diese Erwartungsstruktur, die an sie gerichtet ist, sie dir gar nicht mehr gerecht werden können. Jetzt wirklich durchzusteuern, was die Strategie ist, weil ich immer beides brauche und zwar gefühlt heute gleichzeitig. Hast du eine Idee, warum es, und das ist jetzt aber auch nur so mein subjektives Empfinden, so in der aktuellen Phase Managern doch noch sehr stark so in Richtung diesem Ausschlag Stabilität zieht? Ist das einfach, weil Stabilität mehr Sicherheit suggeriert und mehr, da weiß ich mehr drüber, da bin ich auch so sozialisiert, so die BWL-Sicht oder so? Ist es das, warum wir das so beobachten? Oder hast du eine andere Vermutung? Es kommt jetzt darauf an, welche Brille ich mir aufsetze, um mir dieses Phänomen anzugucken. Also du kennst ja, wenn ich so über die Change-Motivation auf einer Personenebene nachdenke, sicherlich nicht nur du, sondern ganz viele von den Leuten, die uns zuhören, auch diese Weg-von- und Hinzu-Logik. Also die ja sagt, ich fasse das mal sehr knapp zusammen, eine Veränderung für Personen findet dann statt, wenn ich eine ganz starke Anziehung empfinde, also ganz viel Lust darauf, dass etwas Neues passiert, also diese Hinzu-Motivation. Oder, und das ist, glaube ich, oft häufiger, diese Weg-von. Also ich bin in einer Situation, die so anstrengend, so schmerzhaft ist, die so viel Leid auslöst, dass ich sage, ich begebe mich jetzt in einen Weg der Unsicherheit. Also ich verändere mich, ohne dass ich weiß, was da kommt, weil der Status Quo schon so doll wehtut, dass ich einfach weiß, ich muss hier weg. Das wäre so die eine Perspektive. Eine andere, die lege ich mal daneben, ist, und da würde ich gerne auch gleich noch ein bisschen tiefer rein, dass für Unternehmen, wenn ich mal weg von der einzelnen Person gehe, der Status Quo, also die Stabilität, zumindest für die allermeisten, die jetzt noch nicht kurz vor einer Insolvenz stehen, ja das Überleben sichert. Also das, was ich heute tue und wo sich in der Vergangenheit stabile Prozesse, ob sie jetzt formal aufgeschrieben sind oder eher sich über Kultur, so macht man das hier so, eingespielt haben, die stellen sicher, dass ich heute Geld verdiene mit dem Unternehmen. Und jetzt sehe ich zwar gleichzeitig, die Welt ist stark im Wandel und ich glaube, jedem ist bewusst, wir müssen uns mitverändern, damit wir auch in Zukunft noch eine Rolle spielen in dem Markt, in dem wir uns bewegen. Aber natürlich, jetzt sind wir irgendwie Organisationstheoretiker genug, sticht dann irgendwie die wirtschaftliche Notwendigkeit des Geldverdienens immer das, da kann ich mich morgen auch noch drum kümmern. Ja, total. Also in was weiß ich, wie vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, gibt es so gut wie keine Menschen, die sich um die Zukunft kümmern, sondern eigentlich ausnahmslos alle sind mit dem Tagesgeschäft beschäftigt. Wir nutzen manchmal diese Formulierung Run the System, also Tagesgeschäft, Geld verdienen, Stabilität und Change the System, darauf reagieren, was der Markt morgen von mir haben will, mich darauf schon mal vorzubereiten, Innovationen auf den Weg zu bringen und so weiter. Und das ist sozusagen die spannende Herausforderung, genau wie du es beschreibst, im Grunde heute genug Geld zu verdienen und trotzdem gleichzeitig, wieder eine Paradoxie, sozusagen mir die Zeit zu nehmen und die Zukunft halt vorzubereiten. Und je dynamischer die Welt ist und mit mehr Überraschungen ich, oder je mehr Überraschungen ich auszuhalten habe, auf die ich reagieren muss, umso höher muss das Tempo sein, mit dem ich in der Lage bin, die Zukunft da zu gestalten. Und vermutlich brauche ich dann halt auch mehr Kapazität, um das zu tun. Also reicht dann so ein Innovationstag im Jahr, wie Unternehmen das vielleicht früher gemacht haben, um mal zu überlegen, ach, was könnten wir denn für spannende Themen im nächsten Jahr irgendwie machen? Oder brauche ich einen ernstzunehmenden, prozentualen Anteil aller Mitarbeitenden unter Umständen, die in dieser Zeit, ja, die Zukunft gestalten und vorbereiten? Und was machen sehr konsequent noch nicht sehr, sehr viele Unternehmen? Oder wie ist das so bei deinen Beratungsmandaten? Na, ich würde nochmal unterscheiden zwischen dem Bewusstsein darüber, dass diese Notwendigkeit besteht, sich mit Zukunft zu befassen, Dinge zu entwickeln, wo ich heute vielleicht weder Ziel noch Weg hin kenne, wo ich nur weiß, das ist ein Thema, wenn wir das zu lange nicht berücksichtigen, dann pflicht uns das um die Ohren. Also diese grundsätzliche Idee von wir müssen investieren, ich benutze mal bewusst dieses Wort investieren, in die Zukunft, das ist da. Es fällt aber, und das ist jetzt meine ganz konkrete praktische Beobachtung, wenn es hart auf hart kommt, immer zugunsten des Tagesgeschäfts hinten runter. Weil dann doch die Kurzfristigkeit wieder eine Rolle spielt. Und wenn ich heute einen Kunden glücklich machen kann, dem ich heute oder morgen dann eine Rechnung schreibe, dann kann ich, das ist ja auch ein super starkes Argument und zu Recht auch irgendwie, wenn ich jetzt so die einzelnen Personen in Unternehmen angucke, denen so aufgetragen wird oder die selber erkennen, wir müssen uns mit Wandel befassen, die im Zweifel immer sagen, aber da kommt gerade noch ein Auftrag. Und soll ich jetzt den Kunden nicht bedienen? Sollen wir kein Geld mehr verdienen? Also natürlich sticht das immer. Und das ist irgendwo ein Problem oder es wird irgendwann zu einem Problem, wenn ich es nicht gut hinkriege, dieses Oszillieren im richtigen Verhältnis hinzukriegen. Genau. Und also wir haben ja in vielen, vielen Podcast-Episoden, aber natürlich auch in unseren Ausbildungen und so weiter immer wieder auch Zitate natürlich von Gerhard Wohland drin. Und für uns so die Mutter aller sozusagen Unterscheidungen, nämlich blaue und rote Anteile in der Wertschöpfung oder komplizierte und komplexe Anteile in der Wertschöpfung erfordern ja genau das, diese Dualität der Wertschöpfung hinzubekommen. Also so viel Stabilität, Prozesstreue, regelkonformes Verhalten und so weiter, um den Kern der Wertschöpfung, mit dem ich heute Geld verdiene, im Griff zu behalten und gleichzeitig Teamarbeit zu fördern, Kreativleistungen zu ermöglichen, Talente zu fördern, Könnerschaft zu ermöglichen, dass Leute sich Problemstellungen nehmen. Da weiß ich heute noch gar nicht, dass ich solche Talente in der Organisation überhaupt habe und so weiter, um in Richtung Zukunft zu schauen. Und das ist genau das, wovon wir ja reden. Das muss ich versuchen, irgendwie gleichzeitig hinzubekommen und das auch ernst zu nehmen und nicht nur diesen blauen Anteil in der Wertschöpfung, der heute vielleicht für mich, naja, sozusagen den Kühlschrank voll macht, sondern das gleichzeitig zu berücksichtigen. Und das ist die hohe Kunst der Unternehmensführung. Ja, und guck mal, jetzt ein bisschen Diagnose, weil ich habe original, letzte, vorletzte Woche, ich weiß nicht genau, aber ich habe das Zitat noch im Kopf. Also ich muss ein bisschen einleiten. Es ist, und das hören wir dann ja auch immer wieder, es ist eine Ressourcenfrage. Wenn doch die Erkenntnis da ist, und das sehen ja ganz viele und bestätigen dann ja auch die Menschen, mit denen wir in den Unternehmen arbeiten, ja, wir müssen uns um Zukunft kümmern, aber wir haben keine Kapazität, weil das Tagesgeschäft schon alles frisst. Und jetzt kann ich ja sagen, okay, wenn Kapazität, also Personalkapazität, Personalressourcen das Problem ist, dann stelle ich halt nochmal zehn Leute ein. Was ist zu beobachten? Und das ist das Originalzitat, wenn wir zehn Leute einstellen, wenn dann dauert das vier Wochen, dann sind die auch zu 100 Prozent mit Tagesgeschäft ausgelastet. Jo. Genau. Und das passiert auch, wenn wir 20 einstellen. Und irgendwann wird es so teuer, dann habe ich irgendwie das Personalbudget so weit oben gefahren und bin immer noch keinen Schritt weiter in Sachen Change the System. So. Und dann komme ich ja, oder wir, so als, wir lassen uns mal das System angucken, die Struktur angucken. Und was ich oft feststelle, du ja auch, wir alle zusammen, ist, dass also aus der Vergangenheit gewachsen, wo die, haben wir eingangs gesprochen, die Geschwindigkeit des Entscheidens in diesem Oszillieren deutlich geringer war, eine Struktur erwachsen ist in den Organisationen, die sehr stark auf Stabilität ausgerichtet ist. Also so die klassische Pyramide. Vieles, das meiste wird über hierarchische Entscheidungen gespielt, schon gedacht und fachlich den entsprechenden Abteilungen zugeordnet. Und das funktioniert ja auch für dieses regelbasierte Run the System Geschäft meistens ganz gut, wo ich Dinge, die ich gestern gemacht habe, heute auch effizient wieder mache. Und dann wird festgestellt, wir müssen aber abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um an diesen Zukunftsthemen wirken zu können. Und auch darüber sind sich alle einig und das passiert nicht. Soweit erstmal die Beobachtung. Und da ist jetzt meine Hypothese oder meine Diagnose, je nachdem, das liegt daran, dass natürlich die Menschen in diesem, lass mich mal das blaue System, in diesem blauen System agieren. Während eine Struktur, also in irgendeiner Weise, Form der Zusammenarbeit, in denen dieses Übergreifende stattfinden kann, nicht existieren und Ergänzungen auch nicht belohnt werden. Und deshalb ist es schon wieder aus der Personenperspektive sehr nachvollziehbar, dass die sagen, wenn ich hier daran gemessen werde, dass ich meine Abteilungsziele erreiche, dann ist ja klar, worum ich mich kümmere. Das ist so. Ich muss allerdings sagen, dass es doch passiert, weil so rein intuitiv machen das ja alle Organisationen, die merken, wenn meine Linienorganisation nicht in der Lage ist, mit Veränderungen umzugehen, dann brauche ich eine veränderte, meist temporäre Struktur, um genau mit diesen Themen umzugehen. Nennen wir es mal Projekte. Ehrlicherweise passiert das in einer Organisation. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit. Genau wie du sagst, so richtig als Netzwerk zum Beispiel funktioniert dann ein Projekt ja nicht, sondern es gibt diesen Tayloristischen Überbau von Projektmanagement dann ja in allen Organisationen. Also Projekte müssen irgendwie genehmigt werden und dann werden sie besetzt. Dann wird geguckt, wer hat Zeit oder wer hat die notwendige Kompetenz und so weiter. Das ist vom Tempo her ja auch was anderes, als wenn jemand, der ein Problem erkennt, der vorangeht und mal in die Organisation ruft, ich brauche folgende Kompetenzen, hier geht es lang und dann hat sich schon eine Gruppe von Menschen gefunden und fängt an, die Zukunft zu gestalten. Das ist nochmal ein anderes Tempo. So würden wir uns das ja häufig wünschen, um wirklich maximal flexibel auf Marktveränderungen beispielsweise reagieren zu können. Also da sind noch nicht viele Organisationen angekommen. Ja und in die Richtung, also ich trete da mal gegen mit so einer zynischen Frage, die einfach nur lautet, wie gut funktioniert das denn? Also meistens, meine Beobachtung, nicht so gut. Also diese übergreifenden Projekte, die sind dann zwar irgendwie da, aber ist, also die, die gut laufen, die haben das große Plus, den großen Vorteil, dass es da einzelne Personen gibt, denen das wirklich ein Anliegen ist, dass dieses Thema funktioniert. Habe ich das nicht, dann kriegt irgendjemand, wie man so schön sagt, das jetzt mal umgehangen und sucht sich so oder kriegt noch zugewiesen sein Projektteam und es bleibt dabei, dass die das neben dem Tagesgeschäft erledigen müssen, aber honoriert und anerkannt wird die Leistung im Tagesgeschäft. Ja und dann ruckelt man sich so mutwillig durch dieses Projekt und irgendwie geht es nicht voran und alle schimpfen da drauf und mittlerweile sind es auch 70 Projekte, die dann mit irgendwelchen Scorecards und so noch rumpriorisiert werden und nichts geht wirklich voran. Und dann bin ich doch wieder dabei, dass ich, also ja, da hast du recht, es gibt eine Struktur, aber keine gute, würde ich behaupten. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, langsam so den Schwenk machen, was denn unsere Gedanken dazu sind, wie ich denn solche Paradoxien, wenn ich sie denn empfinde oder das Bewusstsein erstmal in einer Organisation geschärft habe, wie ich das denn handhabbar bekommen kann. Wie mache ich es denn? Also jetzt nicht als Blaupause logischerweise, aber was sind denn Ansätze für, wenn wir das System theoretisch betrachten, um Kommunikationswege, Programme, Personal zu gestalten, um, ja, diesen Umgang mit Paradoxien, also muss ich vorsichtig sein, um jetzt nicht Management-Sprech zu nutzen, ich sage es trotzdem, in den Griff zu bekommen. Mhm. Na, ich erinnere mich, wo du das so ansprichst, an ein Zitat von einem Gast in unserem Podcast, einem Manager, der gesagt hat, ihm ist klar geworden mit der Zeit, wenn die Veränderungen jetzt so schnell und mit so großer Wucht kommen, dass sie eigentlich dauernd Teil des Unternehmens sind, dann reicht ja die bisherige Struktur, die nur auf regelbasiertem Arbeiten, die nur auf regelbasiertes Arbeiten ausgelegt ist, nicht mehr aus und diese Chain-Struktur muss integraler Bestandteil der gesamten Organisation werden. Und das ist neu. Und jetzt ist sicherlich die Frage, welche Spielarten gibt es da? Wie kriege ich das als Organisation hin? Also jetzt ein Sowohl-als-auch zu ermöglichen, denn das ist ja oft, wenn man irgendwelchen Management-Moden folgt, die dann so, wie Sie sagen, jetzt fällt immer der Begriff Spotify oder irgendwelche Kreismodelle, Netzwerkstrukturen und so weiter, dann ist das natürlich auch nur die Antwort auf die eine Seite so einer Paradoxie und die andere ist ja nicht weg. Und das merken wir ja auch, dass viele Unternehmen, die so einen Weg gehen und so sehr stark dann, was so Organisationsstrukturen angeht, auch in die eine Richtung pendeln, früher oder später entweder selber oder auf uns zukommen sozusagen und sagen, oh Gott, jetzt sind wir aber ineffizient und jetzt entstehen hier Redundanzen und wir sind überhaupt nicht mehr klar nach vorne ausgerichtet und wir haben so viele Widersprüche und daraus entstehen Konflikte und wir haben gar nicht gelernt, mit Konflikten umzugehen und dann wird wieder das eigentlich Teil dieses Oszillierens, dann wird wieder eine Entscheidung getroffen und über Verantwortlichkeiten gesprochen und die Unternehmen auf der anderen Seite, die so sehr Tayloristisch noch organisiert sind, die sprechen ja darüber, wie kriegen wir es denn hin, dass wir etwas netzwerkartiger arbeiten und übergreifen und dieses Oszillieren, das muss, jetzt hast du gerade die Entscheidungsprämissen angesprochen, natürlich gut durchdacht sein auf der Ebene von Organisationsstrukturen, also Teamkonstellationen, Projektstrukturen, was auch immer, Entscheidungswege in der Frage der Methodik, wie mache ich das und am Ende auch in der Frage nach der Fähigkeit der Mitarbeitenden, die das Ganze irgendwie dann betreiben müssen. Total und wir haben auch hier im Podcast natürlich schon häufiger über Ansätze gesprochen, wir haben es halt meist nicht so genannt, dass eine bestimmte Gestaltung von Kommunikationswegen im Grunde dabei hilft, quasi eine Verbesserung der Situation herbeizuführen entlang so einer Paradoxie, aber oftmals steckt es halt dahinter. Ich mache es mal konkreter, wenn wir hier im Podcast zum Beispiel über so ein Format wie OpenSpace gesprochen haben, wo so ein ganzes Unternehmen eingeladen ist, die Zukunft mitzugestalten. Also von, was weiß ich, wie vielen Leuten in der Organisation kommt dann natürlich nur ein Teil, das sind dann halt genau die richtigen, wie es ja in den Prinzipien von OpenSpace auch beschrieben ist, also alle, die so die Energie in sich tragen, da halt mitzumachen, mitgestalten zu wollen und so weiter und dann werden ja die Probleme identifiziert in der Wertschöpfung, es werden Gruppen gebildet, die das diskutieren, auch zum Beispiel nach einer Veranstaltung weiter zu bearbeiten, das sind ja Kommunikationswege, die ich nutze als Zusatzstruktur neben der Linienorganisation, um genau das zu erreichen, also Linienorganisationen als stabilitätsgebendes Element, Run the System, OpenSpace-Veranstaltung als Beispiel, das ist genau wie Projekte und so weiter, das sind ja auch Beispiele dafür, für Change the System, also eine Möglichkeit, einen Rahmen zu schaffen, um diese identifizierten Probleme, diese Dynamik, diese veränderten Kundenbedürfnisse und so weiter zu besprechen, zu verstehen, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, erst mal das Problem hinter dem Problem zu verstehen und dann zu gucken, welche Hypothesen in so einem komplexen Lösungsraum kann ich formulieren, um dann zum Beispiel Experimente zu machen oder Maßnahmen umzusetzen und so weiter, das ist dann genau der Rahmen, den es braucht halt für diese Change the System Notwendigkeit und das haben wir nie so genannt, dass das im Grunde so entlang so einer Paradoxie ist, aber genau das erfüllt dann diesen Zweck. Ich finde praktisch sehr relevant, wo du sagst, jetzt mach hier Buddha bei die Fische sozusagen, dieses mit diesem Sowohl-als-auch muss ich balancieren, also wenn ich jetzt und das geht ja vielen Unternehmen so, die tendenziell eher aus so einer stark hierarchischen Struktur kommen und die jetzt erkannt haben, wir müssen eigentlich mehr Eigeninitiative fördern, weil wir es aus dem Management-Cockpit auch nicht mehr alles voraussehen können und wir brauchen die kreativen Potenziale und das Engagement von den Mitarbeitenden, dass man so in einer Sekunde vollkommen auf die andere Seite schlägt und es ist auch nicht, ich bin auch nicht gut beraten, wenn ich sage, so die Autobahn ist jetzt 16-spurig, geht in mehrere Richtungen und du darfst überall hinfahren. Das gibt Unfälle, sondern zu überlegen, wie weit muss ich den Rahmen doch eingrenzen, dass ich sage, weißt du, du kennst das, wenn ich sage, morgen will jemand Fisch auf dem Wochenmarkt verkaufen, dann muss irgendwie klar sein, kannst du machen, aber nicht als Angestellter dieses Unternehmens, weil das passt strategisch irgendwie nicht zu dem, was wir hier tun wollen. Das heißt, ich muss und da bin ich eigentlich bei so einer Mischung aus Top-Down und Bottom-Up, wenn ich das in so einer klassischen Hierarchie mir angucke, sagen, also Strategiearbeit ist Spitzenarbeit, mir fehlt der Begriff gerade, hilf mir mal, das passiert Top-Down, anzufangen bei, was ist der Zweck dieser Unternehmung und vielleicht auch, weil das sind ja unternehmerische Wetten, unternehmerische Entscheidungen zu sagen, wir setzen auf diese drei Pferde und diese anderen acht nicht, aber was genau mit diesen, jetzt ist das Pferdebeispiel nicht gut, aber was genau in diesen definierten Themenfeldern passiert, das weiß ich auch nicht, also Beispiel Megatrends haben wir eingangs angesprochen, im Moment redet alles über KI, ich weiß nicht, ob das mit dem Fachkräftemangel gerade noch Thema ist, gefühlt durch die ganzen Krisen schwächt sich das ganz wieder ab, aber was sicherlich nicht weg ist, ist das Thema Demografie, dass wir einfach weniger werden und das weiß ich, aber was genau das für mein Unternehmen bedeutet, das weiß ich nicht, wo will ich hin, ich will sagen, ich muss irgendwo Top-Down festlegen von diesen, nenn es Megatrends oder nenn es einfach Themen, die in Zukunft relevant sein könnten, das sind, was weiß ich, 20, die wichtig sind und wir haben nicht alle, oder wir haben nicht so viele Ressourcen, um 20 Dinge gleichzeitig voranzubringen, also jetzt muss ich mal entscheiden, diese fünf sind es, aber was da drunter passiert, keine Ahnung und da muss ich dann so eine Bottom-Up-Logik haben und die, ich habe es gerade kreativen Potenziale genannt, versuchen zu aktivieren, um mal so Könner mit Ideen zu provozieren. Genau und das ist ja genau die Strukturparallelität oder zeitlich versetzt, polierend, das heißt, wenn ich mit so einem Bottom-Up Strategieverständnis starte, dann ist das ja genau der Teil der Führungsarbeit, den wir mit Ausrichtung schaffen, beschreiben würden, aber das ist ja dann der Rahmen für den Rest der Organisation, du hast es Bottom-Up genannt, damit quasi die Kompetenzträger, die direkt am Kunden arbeiten oder die ein tiefes Verständnis von ihren Produkten oder einer Technologie oder was auch immer haben, dadurch sozusagen einzuladen, die Umsetzungsthemen zu identifizieren und so weiter und ob ich das mit, keine Ahnung, OKR machen würde oder mit Open Space und so weiter, das sind dann ja methodische Kommunikationsformate, könnte man es nennen, um einen Rahmen zu haben, in dem ein Austausch stattfindet, in dem dokumentiert wird, was sind jetzt die Themen, wo Angebote gemacht werden, wer möchte an einem Thema mitarbeiten, wo auch klar beschrieben wird, was wollen wir da halt erreichen, damit das auf die Ausrichtung einzahlt, also auf das, was halt top-down vorgegeben ist und da könnte man jetzt verschiedene Kommunikationsansätze oder Methoden nebeneinander stellen, das muss man dann als Organisation halt auch lernen, was mir die einzelnen Formate da für Vorteile liefern oder halt auch nicht, vielleicht muss ich auch mal unterschiedliche Dinge ausprobieren und gucken, was anschlussfähig ist, aber das stellt dann genau den Rahmen dar, um dann halt ganzheitlich als Organisation in der Lage sein, Change the System quasi zu orchestrieren an der Stelle. Ja, mega gut. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wir hatten jetzt so ein paar von diesen Paradoxien, also dieses regelbasierte Arbeiten für Stabilität versus Change the System war jetzt so ein Thema, es gibt ja noch mehr Paradoxien, hast du da noch welche so im Köcher, die wir zumindest so nennen können, so gedanklich, also das versus das, damit die Hörer ein Gefühl dafür bekommen, wenn wir von Paradoxien sprechen, was das dann für Beispiele sind? Auch wir haben die alle mal gesammelt, ne, also eine, die mir immer einfällt, aber die haben wir eigentlich besprochen, jetzt ist heute versus morgen, die nächste hast du eingangs genannt, zentral, dezentral, ne, wo werden Entscheidungen getroffen? Hierarchie versus Netzwerk hatte ich so beiläufig mal erwähnt, ne, Netzwerk ist so auch natürlich so die Struktur, die vermeintlich für Stabilität steht und Netzwerk steht vermeintlich für, ne, Wandel oder Wandel fördernd, genau, ja, Effizienz versus Innovation fällt mir noch ein, hatten wir auch gestriffen an der Stelle, ne, dass ich Strukturen brauche, um natürlich maximal Effizienz meine Hausaufgaben zu machen, also Digitalisierung zu nutzen, Automatisierung zu nutzen, das, ja, da sind ja auch schon viele Organisationen nicht in der Lage, das sehr konsequent zu organisieren, weil unter Umständen die Leute, die Ahnung davon haben, die in den Prozessen arbeiten, vielleicht Sorge haben, naja, dann verliere ich vielleicht meine Arbeit, wenn ich das jetzt automatisieren könnte, aber gleichzeitig braucht es natürlich Könner, die dann auch in dem Rest, in der Innovation, also in dem Change-System dann aktiv sein können und schon bin ich wieder genau in dieser Paradoxie, wie organisiere ich das an der Stelle, ne, also, ja, können wir dabei, glaube ich, belassen, das sind jetzt einige Beispiele, die den Hörern vielleicht nochmal helfen, so auf die eigene Organisation zu schauen und vielleicht wieder zu erkennen, wo ist diese Zerrissenheit, dieses, oh, das bräuchten wir doch eigentlich beides und wie kriegt man das denn halt irgendwie hin? Ich würde ein oder zwei doch noch gerne ergänzen, weil das, glaube ich, relevant ist, wo wir sie gerade so aufzählen. Das Erste, also man kann sie ja formulieren, wie man will, um einfach mal so die Spannung aufzuzeigen, Transparenz versus Need to Know, also wie sehr wird Transparenz beschworen gerade überall und irgendwann stelle ich fest, also das äußert sich dann in CC-Kultur und wenn Meetings stattfinden, ich lade lieber 36 Leute ein und die Hälfte davon sitzt da dann auch tatsächlich und das ist alles so auf diesen, weil ich so einen moralischen Anspruch an Richtigkeit habe, wenn ich sage, wir sind transparent und ich stelle aber fest, wenn alle immer mitquatschen, dann komme ich auch nicht voran. Das ist ja dieses, also irgendwie wollen wir Geschwindigkeit haben und Geschwindigkeit bin ich, wenn ich einfach sage, ich mache das jetzt oder hierarchisch, top down, eine Entscheidung runter moderiere, also ist dieses Partizipation versus Hierarchie vielleicht auch noch eine Paradoxie, wo ich sage, ich brauche immer irgendwie beides, also Geschwindigkeit versus Robustheit sagen wir manchmal Entscheidungen, bei Entscheidungen, wie schnell ist eine Entscheidung versus wie viele Leute lasse ich vorher mitreden und das sind ja Dinge, die habe ich täglich zu verhandeln in Organisationen. Jetzt haben wir ja drüber gesprochen, das scheint es ja in allen Organisationen zu geben und zuhauf. Wie komme ich denn jetzt dazu, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen und so ein Bewusstsein dafür zu erlangen und gibt es dann eine Idee, wie ich sozusagen basierend auf diesem Bewusstsein mich so in Richtung wie kann ich es denn hinkriegen dann bewegen kann? Gibt es da Ansätze? Ja, also was ich häufig beobachte, wenn wir so reingehen, in Anführungsstrichen, wenn wir als Kurswechsler anfangen mit Organisationen zu arbeiten, überhaupt mal diese Paradoxie zu formulieren, die da gerade verhandelt wird. Oft kommen ja Unternehmen auf uns zu mit, wir sagen dann ja mit Symptomen. Die sagen, Führung funktioniert bei uns nicht, die Leute übernehmen keine Verantwortung, übergreifende Zusammenarbeit funktioniert nicht, die Führungskräfte führen nicht richtig. Dann mal hinzugucken, welche Paradoxie steckt eigentlich dahinter? Also was ist der Grund für diese Symptomatik, die da gerade beschrieben wird? Und dann geht es mir oft so, allein dieses Bewusstsein darüber, ah, das ist ein Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen und wir kriegen es gar nicht aufgelöst, sondern wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie können wir einen sowohl als auch, also wir haben dieses Jahr die Gelingensfrage gelernt, das steckt da ja drin, wie gelingt es uns sowohl das eine als auch das andere zu machen und was braucht es gerade wie, das hebt meiner Erfahrung nach so krass einfach, dass die Kommunikationsqualität und dann natürlich auch entsprechend die Entscheidungen, die getroffen werden über Maßnahmen, die ich vielleicht mache oder nicht mache und das soll gar kein Vorwurf sein an die Menschen in den Unternehmen, weil man ist ja oft so in den Selbstverständlichkeiten, die man sich so eingehandelt hat, so verfangen in der eigenen Organisationslogik, dass man, wie man so schön sagt, betriebsblind auch wird für solche Sachen, wenn man das so normal findet, wie das da jeden Tag passiert. Ja und ich beobachte da auch förmlich eine Entlastung, wenn dieses Bewusstsein erstmal geschärft ist, also ich muss das gar nicht durchdringen und das eine besser finden als das andere, das macht dieses Dilemma nicht besser, aber es entlastet erstmal, dass die Leute sich da halt auch für nicht kompetent genug halten, weil sie diese Zerrissenheit irgendwie spüren und so eine Gelingensfrage, du hast das angesprochen, kann ja schon mal ein erster Schritt sein, um diese Paradoxie in Worte zu fassen. Also wie kann es uns gelingen, was weiß ich, gleichzeitig die Kosten zu senken, aber die Qualität auch zu steigern, weil der Markt das fordert. Und diese Zerrissenheit steht dann da halt erstmal so als einen Satz und dann kann ich halt gucken, okay, an welchen Themen kann ich ganz konkret arbeiten, die dann beides in dieser Dualität dann ermöglicht. Und da fängt dann halt Organisationsentwicklung natürlich unter anderem an, da die entsprechenden Strukturen zu schaffen entlang der Entscheidungsprämissen, um das idealerweise dann zu verbessern oder, naja, Schritt für Schritt in die richtige Richtung zu schieben an der Stelle. Was auch oft so, wenn man im Eingang von Widerständen gesprochen, also was ja oft zu beobachten ist, so die Ansage von oben ist, beides muss. Und zwar zu 100 Prozent. Also wir müssen Kosten sparen und die Qualität muss hoch und noch was alles. Und wenn ich da keinen guten Umgang finde, schon, also hierarchisch an der Spitze, dann passiert ja nichts weiteres, als dass ich dieses Spannungsfeld weiter in die Organisation reiche. Und jetzt gebe ich es in, und da geht es eigentlich schon los, jetzt gebe ich es in die klassische Struktur, in die Abteilung und die stellen fest, dem einen ist das eine wichtiger, dem anderen ist das andere wichtiger und jetzt entstehen Konflikte zwischen diesen Abteilungen. All dies, was ich will, übergreifende Zusammenarbeit, gemeinsam auf das Große und Ganze gucken und so weiter, das zerstöre ich schon sozusagen, dass ich diese Spannung nicht so auflöse, dass sie bearbeitet werden kann, sondern eigentlich immer nur weiter reiche durch die Organisation und dann gehen die Kämpfe gegeneinander los. Ja, und die Unsicherheit. Also, wenn wir von Kultur sprechen, dann nutzen wir oft so eine Formulierung, Verhältnisse prägen Verhalten. Und genau diese Verhältnisse schaffe ich da und erzeuge dann ein Verhalten, das ist, wenn man das so von außen dann betrachtet, ziemlich merkwürdig erscheinen kann, wie sich da verhalten wird in so einem Spannungsfeld. Weil halt eben die Ausrichtung nicht klar ist, weil dieses Bewusstsein für die Paradoxie nicht da ist und so weiter und die Leute so querbeet sich irgendwie verhalten, entscheiden, Konflikte nicht austragen und naja, das ist halt der Wertschöpfung dann auf jeden Fall nicht förderlich. Ja, spannend. Was hältst du davon, wenn du dich nochmal dran versuchst, so eine Mini-Zusammenfassung zu machen, jetzt so nach den Erkenntnissen, weil ich glaube, wir sind soweit inhaltlich an einen guten Punkt angekommen, oder? Also wirklich Mini-Mini, mal gucken, ob mir das gelingt. Zusammenfassung ist, Organisationen sind voll mit diesen Widersprüchlichkeiten, Paradoxien, also die sind sowohl als auch Themen, also beides ist sinnvoll, aber beides gleichzeitig geht nicht zu 100%. Jetzt haben wir ja, also glaube ich zumindest, schwerpunktmäßig diese Paradoxie in dieser Podcast-Episode diskutiert, Stabilität versus Wandel, so könnte ich es vielleicht formulieren, mit der Beobachtung, dass im Moment die Stabilität eigentlich immer noch wie so ein Joker sticht und viele Unternehmen Probleme haben, diesem Wandel gerecht zu werden. Das haben wir so ein bisschen aufgebohrt in Richtung Gelingensfrage, also wie gelingt einem sowohl als auch, mit dem Verweis darauf, lasst euch nicht von Management-Moden irritieren, die sagen, hier ist das neue System und dann werdet ihr die innovativste Bude ever, ever, ever. Also selbst wenn ihr das werdet, dann verdient ihr vielleicht heute kein Geld mehr und es reicht nicht, das so schnell marktreif zu bringen, das, also auch da ein Sowohl-als-auch und dann waren wir bei der Idee eines, lass mich das mal so, dual operierenden Systems, das Stabilität und, ich weiß nicht, ob ich dem Agilität gegenüberstellen sollte, möglich macht, wobei ich, das ist jetzt nicht Teil der Zusammenfassung, hinten raus nochmal drauf verweisen würde, man kann sich wahrscheinlich genauso gut hinstellen und Beispiele finden, wo genau das nicht funktioniert hat, deswegen muss man im Unternehmen sehr genau hingucken, woran mangelt es uns denn eigentlich und was ist, da sind wir wieder auf Basis von Hypothesen unterwegs, was ist eine gute Hypothese, mit welchen Strukturanpassungen wir dem Problem, was wir heute haben, wie auch immer es sich im Detail ausgestaltet, besser gerecht werden können, aber immer im Rahmen dieses Oszillierens von, ich weiß auch, das ist nicht die Blaupause für die nächsten zehn Jahre, sondern für den Moment das beste System, was wir machen können. Minimale Ergänzung wäre lediglich, sind wir auch nur kurz dann vorbeigekommen, dass ich mir immer bewusst machen sollte, wenn ich in eine Richtung mich entwickle, dann handle ich mir ganz automatisch die Nachteile der anderen Richtung ein und sich das bewusst zu machen oder auch mal aufzuschreiben, was sind denn die Vorteile, die ich mir erhoffe, wenn ich den Hebel in Richtung Stabilität oder in Richtung Flexibilität sozusagen schiebe und was sind aber auch die Nachteile, die ich vielleicht befürchten muss, wenn ich das tue und dann für mich abzuwägen, okay, wo möchte ich denn jetzt sozusagen gedanklich zwischen diesen beiden Polen der Paradoxie stehen und wie kann diese Dualität dann auch umgesetzt werden, so würde ich es nochmal ergänzen. Das finde ich sehr wertvoll hinten raus, also um deutlich zu machen, ich zahle einen Preis dafür und da helfen dann diese Gelingensfragen oder das Bewusstsein über Paradoxien, um zu überlegen, wie viel ist es mir denn wert, an Wandelfähigkeit und Agilität zu gewinnen und wann ist es ein zu viel, wann ist der Preis zu hoch? Das ist eine schmerzhafte, aber ehrliche Erkenntnis zum Abschluss dieser Episode, finde ich. Genau. Ja, wir sind natürlich gespannt, wie ihr Hörerinnen und Hörer zu dem Thema Paradoxien und Stabilität versus Flexibilität denkt. Wenn ihr da Erfahrungen habt oder vielleicht auch ganz anderer Meinung seid, dann kommentiert gerne, wenn wir auf die Episode bei LinkedIn hinweisen oder schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder auch ganz neu an podcast.kurswechsel.de Das würde auch funktionieren, kommt auch an mit unserer neuen Marke. Ja, wir mögen den Austausch, wir mögen die Rückmeldung. Dann bin ich fertig. Danke, Arne, dass du mich zu dem Thema motiviert hast. Danke dir. Ciao, ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt